Sie hat gesehen, dass Sie uns angreifen wollten. Ja, ja. Sie sind immer tot gewesen. Ja, und Sie haben uns zu versucht, gell? Ja, und Sie haben uns angreifen. Ja, 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 Sie haben uns angreifen. Mösh-Ish-Ish-Ish-Ish-Ish-Ish-Ish. Ich bin ein bisschen zu tun, aber ich habe einen Schmerz. Ich habe eine Frage, ob ich das meine Geräte finder, oder? Oh? Ich hoffe, ich konnte auch. Ja, ja. Ja, du bleibst dir das, wenn er auch nicht hier ist, noch nicht schlimm. Moin, die haben schon ein bisschen gebraucht. Ich bin sauer, oder? Na, wo dann? Hi. Das war's für heute. Ich brauche euch im Markt. Also einfach umschalten durch das PVP-Gebiet, um uns ergreifen zu können. Genau, Pfeffer. Genau. Ja. 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 Ja, das hab ich ihm schon. Ja, aber ich nicht. Ich bin schon auf der Seite. Ich hab's mir gesagt, kann ich dann noch. Sante Hügel in der Regel. Mensch, geh doch zu, du Witzer. Die haben das so geschraubt, ey. Oh, okay. Das war SGM. Oh, nun bin ich auf Kaust. Ja, warte. Ja, ich schnitze noch die Trübe.